Ein bisschen Zitrone betreuen, eine Gurke, eine Paprika, Weintrauben, Artischocke, Karotten, Spinat, Kwiebel, Ingwer, Rosmarin. Wenn die Papaya heißt, muss sie von Papa sein. Papaya. Kleine Tomaten. Brokkoli. Mayakuya. Ananas. Muglaka. Erdbeeren, also so kleine Walderdbeeren. Dann Blaubeeren. Weintrauben, Kiwi. So. Teili. Goddin. Mit. Diese. Wird. Wie geht es? Wie geht es? Die Frau. Sie müssen Sie die skyscraper. Sie müssen die Zeit, die die Erdbeerenung und die Frau. Sie müssen sie machen. Vielen Dank.